also ich nehme erst mal money raus ich glaube da war was drinnen ja auch noch mal 400 schuss wie wollen wir es machen was man raus bringen ja ich nehme da warte mal dann nehme ich aber den weil der hat glaube ich mehr mehr sattel mehr rüstung noch einstecken ja was mit dem wird es einfach hier stehen lassen das sind oder die ziele stückchen davon ich kann ihn da einfach die mauer einstellen ja okay ich ziehen warte wollen wir noch mal kurz gucken ob die noch da sind und mal tot bei eigentlich ressourcen einsammeln könnte es sich bei den lohnen sie dir finde ich dann lass die anderen was die anderen doch nach der pause angreifen dass man jetzt hier bei dem noch leer räumen oder übrigens der rex der das mit dem ranz war keine gute idee jetzt kommen wir müssen jetzt einmal da weg bringen weil sonst wenn die dänen ja das ist schon okay jetzt sehe ich ihn wieder nicht das sind einfach hier am raft ich will demnächst um die ecke parken nur weil viele tiere haben das man nicht den doof umgehen und die doof dann auch zu den namen auch holen hätte ich gedacht dass es viel so krass ist es einfach nur ein tanken übel sind so ein bisschen jetzt schwimmen zur insel drüben sie ist doch gut in der insel und die einzelnen und die andere Seite insolvenst zu kommen ein bisschen eine schnecke ich habe die Tür zu rüber die kann man wie auch machen ich baue ne Mauer komplett spät hoffe ich was war das das machte schon wieder Action ohne Milch die wollten hier eine Mauer sie müssen fertig gewesen um die nächsten Sekunden bis mit der Angekommung ich dachte ich kriege da jemanden schießt auf die Tür muss ich aber gut davor stehen die wir sind wieder da sind wieder da da ist die Tür einfach weisen dann können sie die nicht zu machen ich versuche mal mit der Seite auf den Typen zu schießen ok keine Ahnung ob ich den greife die haben die Tür sehr gut aufgefüllt die Säcke sind irgendwo muss er der zweite Spieler sein hab ich mich töten die haben wir nur Flakrüstung ey die können gar nicht so viel aushalten ja gut auf den Beißen bringt nichts müssen die Tür jetzt einfach das geht nicht mehr nebenbei ja krass ey da wollen die echt ne Mauer hochziehen das ist ja schon 2.11 Uhr fertig wenn der Golem nicht so wackeln würde das ist nicht ein Ding das ist nicht ein Ding das kommt vor mich dieser Seite schießt nur ein ok ne bleib du auf der Seite wir müssen uns aufteilen ach so ich bin abgestiegen wo 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 ah ich hoffe die haben ne Schnecke 5 Minuten ist eine Pause ne hm 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 Weiß es, was noch nicht gut ist gegen so'n Narva Golem, äh, ne Dominus, Rex. Also er hat auch die Wagen mit den Down bekommt, bevor... Sag mir Bescheid, wenn er zu mir kommt, okay? Er kommt zu dir. Wollt's in die Base rein, oder? Ja. Ah, der hat zugemacht, exakt. Ja, das kann man dann aufspringen, das ist kein Problem. Also, es schießen gerade zumindest keine mehr. Ich fang mal mit der rechten Seite an hier. Aber der kann nicht immer wieder neue Gate setzen, ne, der eine drin, den müssen wir halt irgendwie dann Down bekommen. Okay, die fliegen jetzt rein ins Tor. Auf beiden Seiten, Alter, wie krass. Nee, du triffst nicht. Doch, doch. Oder Schadensmeldung. Also gerade eben ist er ran, weil das Tor ist auch schon ein Schwerzeug, glaube ich. Und ich stelle mich mal anders. Ja, bleib mal so. Dann hab ich mich selber getroffen. Und das andere, wie die andere Seite, wie sieht's da aus? Hm, nur einmal getroffen. Und ich weiß nicht, von wo ich jetzt bin. Das ist mir auch absolut, dass wir jetzt sind. Vielleicht von innen? Vielleicht Superbaki oder so? Also es gibt eigentlich, glaube ich, keine Einstellungsmöglichkeit, dass die nur auf der Kippen schießen. Wo, wo, wo kommen die Turrets-Schüsse her? Ja. Hast du ein Remote dabei? C4 oder was? Nein, hab ich nicht. Aber das wär, stimmt, das wär eigentlich das Beste. Ja, dann müssen wir ja nochmal zurück in C4 holen. Aber, wenn ich jetzt Turrets-Schüsse da mal, ich seh auch kein Schießen oder so. Das ist, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist ja ganz komisch. Ich hab, glaube ich, einmal Wichtungspieler. 30 Schaden bekommen. Er sollte mal hohen und einmal schießen, äh, einmal hohen und dann laufen. Ich peile nicht vom Boot, die Turrets-Ballern alle. Und wenn du dich vor die Tür stellst und ich schieße auf die Beine des Dothorexes irgendwie, weil, äh, der Dothorexe macht das doch nix. Dann musst du dich halt vor die Tür mal platzieren. Warte. Ja, der Schwanz stört. Nee. Trifft? Hab getroffen? Nee, nee, ich hab den Dothorex getroffen. Ey, sag mal, von wo kommt denn die Turrets-Schüsse hier? Das gibt's doch gar nicht. Kein Turrets-Schüsse. Ganz ehrlich, ich muss mal in die Runde hier fahren, das ist, das ist, das ist, ich versteh's nicht. Macht keinen Sinn. 21 Schossen wieder. Echt? Ich weiß nicht, wie sie. So, wir müssen, ja, dann lass mit C4 jetzt nochmal, lass C4 machen. Scheiß drauf ey. Wir müssen, lass erstmal zurück, äh, wegen der Pause. Na, das wäre nur nervig, wenn die die Mauer bis dahin fertig bauen. Müssen wir schnell machen. Wir müssen jetzt ein. Wir müssen jetzt ein. Äh, okay, das ist interessant. Äh, wilde Kreaturen-Tourrets haben die, also die haben Turrets auf, die haben Turrets auf wilde Kreaturen eingestellt. Wieso? Und dann schießen die auch auf Turrets anscheinend. Und dadurch, dass keine wilden Kreaturen in der Nähe sind. Müssen wir eigentlich nochmal einen Drachen anlocken, hm? Rechter streichen. Rechter streichen. Rechter streichen. Rechter brauche ich es noch? Ja. So haben wir auf 324,9. Ist nicht ganz Maximum. Maximum ist nur 0,1 mehr. So, okay. Äh, C4. Hast du das noch eingesteckt, was ja noch gemacht wurde? Also, das schon. ist noch 13 drin aber ich habe jetzt 21 das reicht eigentlich kann nur sein dass die ganze jetzt stirbt wir werden es sehen so crossbow crap in hock und so habe ich jetzt leider nicht dabei hast du da was ich habe crossbow und das ist auch oder so gut hat sich ein bisschen schneller im wasser ich bin so weit ja ich sehe ich oder? ich bin schon im Wasser da wo du in der Insel sitzt Ne, ich guck grad nur irgendwie um wo ne Schnecke rumliegt. Ah, okay. Ähm, Wasser? Da ist ein Pronto in der Richtung. In der Krippe. Da wo du die Insel siehst groß. Ah, ich seh, ich weiß wo. Gleich guck mal. Geronimo! Ist ich schneller als ich? Ja, grad so. Das heißt, ich kann nur was einfach ins Wasser rennen, dann bin ich safe. Ich darf noch nicht hängen bleiben oder so. Ideal wäre es natürlich, du rennst rein und die sehen mich erst mal nicht. Dann könnte ich in Ruhe das T4 vielleicht sogar platzieren, weißt du? Weißt du wie ich's mein? Mhm. Ich versuch ihn abzulenken. Ja, aber vielleicht ist er auch noch gar nicht. Mal gucken. Ah ne, die Touretts schießen dann wieder, stimmt. Wir müssen, dass die Touretts ja leer bekommen. Haben sie bestimmt wieder nachgefüllt. Ja, vielleicht kommen sie auch noch raus. Warte noch. Ich kann doch von oben kommen, theoretisch. Warte mal, ich muss ja nicht über das Wasser. Ja, von oben, lass mal gucken. Ja, da rennt er nur rum. Sieht's mit der Mauer aus, ist nicht fertig. Naja. Okay. Runde 3. Guck mal, ob die Touretts... Neule Action. Oh, ich wurde beschossen. Oh nein, haben die mich jetzt schon gesehen oder was? Ah, da ist ein Spieler. Es geht hier vielleicht sogar down. Ich hab ihn, ich hab ihn down. Jetzt musst du aufpassen. Ja. Okay, jetzt ist nur noch einer von denen da. Ja, da musst du die Touretts erst leer tanken. Wobei, die machen an mir nur 100 Schaden. Also vielleicht... Auf der anderen Seite, äh... Es sind keine viele Touretts. Ich glaube, die Touretts, die setzlichen Grenzen der Damage. Bleib mal auf der Seite jetzt, wo du bist, okay? Sag, wann du zu mir rüberkommst. Sagt Bescheid, ne? Jetzt, jetzt. Okay, die Touretts dürfte offen sein. Ich renne rein. Aber ich versuch's gleich. Warte mal, ich renne nochmal rum. Ich hoffe nur, dass er nicht reinkommt. So, ihr seht hier leider keine Schnecke. Okay. Sag, wenn du irgendwie, äh, kommt, ne? Äh, ne? Ich schüsse an. Ich versuch das direkt. Vielleicht hast du die Touretts. Yeah, die Touretts auch. Ich seh die Schnecke. Aber ich muss, ich muss den, warte, ich muss den Generator sprengen. Oh, ich hab auch was da bekommen. Oh, die sind, der Generator ist immer noch nicht kaputt. Ist egal, hier ist nichts anderes. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt absteige, was dann passiert. Das ist mein Problem. Ach so, da drinnen die Touretts. Ja, richtig. Nee, dann versuch mal weiterzubangen. Ich weiß auch, der rennt da rum. Oh, jetzt hab ich noch mehr von mir kaputt gemacht. Keine Ahnung. Da sind aber alle Touretts kaputt, glaube ich. Ich versuch die Schnecke zu holen und dann fällt da nichts auf die Schiessen. Hab eine? Eine? Sind da zwei. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht aufsteigen. Ich kann nicht aufsteigen, sie dir. Dann schmeiß sie raus. Schmeiß sie raus und dann rennt sie direkt. Ah, jetzt, jetzt, jetzt geht. Die haben zwei Schnecken. Okay, ich schmeiß eine raus und ich versuch die aufzuheben, okay? Wollen wir die nicht nach Hause bringen, dann haben wir doch alles. Wir brauchen dann nur eine. Ach so. Jo. Ich renne jetzt raus mit der Schnecke. Okay, aber. Okay, das hat besser funktioniert als erwartet, Alter. Ah, nice! Ja, da ist noch eine Schnecke drin, also pfff. Egal. Okay, ich hab dich gesehen, bleiben kurz stehen, bitte. Ja, bis dahin. Gleich finale triggern, Alter. Das war richtig, das mit der Katze war gerade richtig gut. Nice. Das war stylisch. Ja. Du konntest ja direkt hoch. Da, wo der rote Beacon ist, den siehst du, den großen. Bisschen links davon. Ey, das ist voll die Infiltrationseinheit, Mann. Das hätte man auch schon eher mal machen können gegen andere, also gegen die Skillics oder Skillertypen und so. Weißt du, wär's bestimmt auch gut gegangen. Ja. Wenn der Katze von hinten einfach mal ein Loch rein sprengen, weil die tankt halt trotzdem übelts gut. Also 180.000 Leben reicht halt aus, wenn ein Turbid nur 100 Schaden macht. Ja. Ich muss halt einmal ein Rack Potion reinhauen, also ich war kurz auf der Hälfte gewesen oder so. Was mit dem T-Rex hier? Äh. Den können wir gerne nach Hause holen. Weiß ich nicht. Ein bisschen schwierig. Lass erstmal, lass erstmal die Schnecke. Ja, okay, gut. Ach so, du weißt das nicht. Lass die nach Hause bringen und dann ziehen alle Tür gern. So, mal gucken, was die hier noch haben. So, mal gucken, was die hier noch haben. So, mal gucken.